Ich habe Bücher, Trifftrollen, Tränke, Angst für den Freund der wegestreuen Magie. Ja? Beschreitet wohl. Zeig mal, was ist zu tun. Aber immer doch. Bum 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 bum. Was kann ich dir erstmal verkaufen? Das ist immer die erste Frage. Den Silberstahlbogen wollte ich gleich noch verbessern. Oh. Die Mantel und die Wildmagier-Kapuze kann ich verkaufen. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich verkaufen kann für einigermaßen viel Geld? Ähm. Hm. Ne? Dann ab mal in das Geschäft wieder zum Schmieden. Nein! Oh. Ich wollte ihn doch nur verbessern. Jetzt habe ich ein Groschen Kopfgeld. Weil ich das scheiß Ding... Hier ist geschlossen. Hallo. Hey. So, wo sind die Wachen? Da sind sie doch... Guten Abend. Wartet mal, ihr kommt mir... Tatsächlich... Kein Schritt weiter an! Ja, ja. Ich weiß nicht, für wen ihr euch haltet. Aber niemand bricht das Gesetz und kommt ungestraft davon. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zahlt auf der Stelle euer Bußgeld, oder ihr wandert ins Kittchen. Und glaubt mir, ich mein's ernst. Ja, äh... Aber behaltet im Hinterkopf. Die Götter wissen von euren Vergehen. Ja! Wieso wird jetzt geladen? Guck mal, hier kann man auch ne Schmiede benutzen. Gold-Emerald-Gang. Und dann... Sterlingszellen. Aber die gehören zu... ... 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 natürlich nie mitgenommen habe. Egal. So. Was kann ich denn hier noch herstellen? Lederhaut. 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 Nein, möchte ich nicht. Mir fehlt ein Silber und ein Stalber. Naja. Gut, gut. So. Ich möchte jetzt eigentlich nach oben mich da ins Bett zu legen. Wo finde ich denn hier einen dieser Pfeiler? Hm? Und wer bist du denn da? Ja. Ah. Okay. Nein. Eigentlich möchte ich nicht zum Mal fast Tempel. Ich möchte verdammt nochmal nach oben. Oder zum Marktplatz. Das geht auch. Denn beim Marktplatz weiß ich, wo ich hin muss. hoffe ich zumindest. da ist. ist ja doch Sonnentempel da möchte ich hin ich möchte hier ins Bett um danach wieder Zeug zu bekommen schreitet wohl nein ich möchte in die Quartiere hier sind Quartiere gut gut ab in die Quartiere meine lieben auch dass die immer so böse auf mich sind verstehe es einfach nicht naja so warten bis die Besprechung vorbereitet ist ist mir aber egal denn ich hol erstmal nochmal den Schlüssel der Schlüssel hat oberste Priorität sag ich jetzt einfach mal so ich bin auch schön ich bin eben ein Wunderkind so ähm was ich noch machen kann ist Meister nein nein das wollte ich nicht ich wollte das andere da das ist ja im Buch der leichten Rüstung und dann hier zur Rüstungskammer hallo natürlich einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen ganz gleich wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid tut mir leid wie gestreue Pfeile wie gestreue Pfeile nein es ist egal was haben wir denn hier so schönes denn mit Gesichtsmaske aber wir haben ja was haben wir wir haben Handwerkspunkte drei Stück auf jeden Fall Schloss knacken fehlt uns noch Schlösser knacken und Rhetorik und natürlich Entropie also haben wir noch ein bisschen leichte Rüstung natürlich einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen ganz gleich wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid tut mir leid ich würde sagen so zwei davon dann äh Gesellenbuch ne leichte Rüstung da gut gut ich schreite wohl zack dann muss ich nochmal zum Marktplatz ja erstmal 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 Objekte Handwerksbuch ja 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 dann äh was haben wir jetzt aktuell leichte Rüstung 40 Entropie und Elementarismus Handwerkskunst Handwerkskunst ist zwischen schon richtig gut äh zum mächtiger die Verzauberung Verzauberung fehlt auch aber was kann ich denn jetzt noch machen ich habe noch sechs also nehme ich noch zwei auf Verzauberung und zwei auf Schlöscher knacken Schlöscher knacken wäre auch ganz cool äh na sowas na sowas ihr seid die Prophetin nicht wahr das Wunderkind höchst erfreut natürlich gut gut dann musst du mir nicht alles vorsagen so was habe ich denn hier noch so schönes achso schreitet wohl erst mal ah nein falsch erst mal haue ich mir noch die ganzen ne wo hatte ich denn noch was nein das wollte ich nicht ich hatte doch hier noch irgendwo genau da zack 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 so das wollte ich und die Eisenpranke noch futtern und das war's fürs Erste natürlich äh Zauberbuch achso Frostblitz nein ich äh hier ähm wo war das Blitz Blitz da geleistener Funke das nehme ich mir auf jeden Fall dann dann Gesellenbuch der Verzauberung mal Gesellenbuch der Verzauberung die sind recht billig ja leider hier dann Entropie 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 ist teuer und Elementarismus schade dass es so teuer ist schreitet wohl äh 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 ich kann hier noch ein bisschen was verzaubern es muss doch irgendeine Lösung dafür geben blitzschaden 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 ich habe keinen seelenstein Mann wieso habe ich nie seelensteine was habe ich denn jetzt noch alles hier was ich verkaufen könnte den Silberstahlbogen den Silberstahlbogen oh ich kann hier die Feuerballteile verkaufen oder gerne doch oh ja gut gut schreitet wohl ja kann hier nur ein bisschen spielen oh 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 ähm ähm schön nein kein Hammervogel Ei okay widerstehe Giftschaden widersteh schädige Ausdauer Magie widerstehen okay gut Alchemie verlassen so Objekte Bücher äh Gesellenbuch der Entropie Gesellenbuch des Elementarismus Gesellenbuch der Verzauberung jetzt hätte ich gerne noch Rhetorik und Schlösser knacken ich möchte endlich Schlösser der Gesellenstufe da knacken können es ist auch so langsam Zeit dass ich mal richtig anständige Lösch... äh Schlösser knacken kann so Akt Markt Marktplatz Kann ich auch gleich wieder ein bisschen Geld einzahlen für unser schönes Haus was sie uns kaufen wollen was mal irgendwann mal Skyrim funktioniert nicht mehr juhu okay bis nachher